In diesem Video erfährst du, wie du Werbeanzeigen deines Wettbewerbs ideal analysieren kannst, dadurch deine Vorteile ziehst und selber getestete Werbeanzeigen damit schon schalten kannst. Bleib auf jeden Fall dran. Am Ende habe ich noch eine interessante Info für dich und das ist besonders spannend für dich, wenn du mit Google Werbeanzeigen unterwegs bist. Also wir switchen direkt einmal auf meinen Bildschirm und legen auch hier direkt los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Google oder allgemein Werbeanzeigen analysieren. Das ist der Vorteil an der Geschichte, wie so eine Werbeanzeigenanalyse funktioniert, zeige ich dir jetzt hier im Detail. Aufbau dieser Kurzpräsentation geht vielleicht fünf Minuten, bleibt wie gesagt auf jeden Fall dran. Wir sprechen darüber über die Elemente, die Gliederung einer Werbeanzeige, das Konzept einer Werbeanzeige, den ersten Eindruck, den du dir machen kannst, die Einleitung, den Hauptteil und natürlich den Abschluss. Das ist der wichtigste Teil mit dem Call to Action einer erfolgreichen Werbeanzeige. Elemente einer Werbeanzeige. Wenn du eine Werbeanzeige siehst, egal ob das jetzt bei Facebook ist, bei Instagram, bei Pinterest oder bei Google, das ist immer der identische Aufbau, wenn die Werbeanzeige halt professionell und gut gemacht wird. Wir haben immer ein Pattern Interrupt. Das ist der, ja, wie soll ich sagen, das, was der eigentliche Kunde sieht, damit er auf deine Anzeige aufmerksam wird. Häufig ist es ein Foto, ein Grafikelement, ein Video, ja, gefolgt von, ja, einem Headline-Balk in dem Moment. Häufig eine Pre-Headline, die die Headline einleitet. Die Headline, das ist das aussagekräftige und auch wichtigste Element nach dem Foto oder nach dem Creative. Ja, was den Kunden bei Laune hält. Dann die Sub-Headline, die das Ganze nochmal unterstützt. So, dann geht es um ein Produkt, was häufig im Foto, im Grafikelement mit integriert ist. Das Logo, damit du eine Beziehung zu der Person, Marke oder Marke herziehen kannst. Und der Text mit dem Slogan. Häufig haben wir schon bei großen Anzeigen, wenn du mal darauf achtest, bei Litfaßsäulen oder bei Plakatwerbung, hast du häufig gar keinen Text mehr. Da ist nur noch der Slogan drauf. Ja, das reicht aber auch völlig. Der Slogan ist das, was dem Nutzer im Kopf bleiben soll. Bei Mehrkundenmarketing, also meiner Firma, ist es, wir machen sie zum Platz, sie ist ihre Branche. Dann gibt es noch, Haribo macht kinderfroh. Ja, solche Sachen sind das Ganze im Prinzip. Achte im Detail drauf, was nutzen deine Wettbewerber für Claims, was benutzen deine Wettbewerber für Worte. Ja, das ist immer ganz interessant, ganz, ganz wichtig. Danach hat die Werbeanzeige im Regelfall ein gewisses Konzept. Viele Werbeanzeigen sind nach dem Standard AIDA-System aufgebaut. Ja, jeder kennt es von uns. Das ist einmal A für Attention, Aufmerksamkeit, Interest erzeugen, I, Desire erzeugen. Das ist der Drang des Kunden, das Produkt besitzen zu wollen, die Dringlichkeit. Und A für Action am Ende. So setzt sich das ganze AIDA-System zusammen. Zweithäufigster Punkt meiner Meinung nach ist das PAS-System, das PAS-System, Problem, Agilator & Solution. Und da wird dem Kunden halt gezeigt, dass er ein Problem hat. Das Ganze, wie das ausgeführt wird und am Ende der Wunschzustand des Kunden. So kann eine Werbeanzeige ebenfalls aufgebaut sein. Wenn du schon eine gewisse Größe erreicht hast in deiner Nische, in deinem Tanzbereich, nenne ich es jetzt einfach mal, dann kannst du auch ganz einfach mit einem Product is the Hero rausgehen. Jeder kennt es, jeder kennt es, Apple macht das ganz, ganz stark. Da ist Hauptfokus der Werbeanzeige einfach nur noch das aktuelle iPhone und mehr nicht. Jeder weiß sofort, worum geht es. Jeder weiß sofort, okay, das Produkt ist von Apple in dem Moment. Product is the Hero. Google macht das Ganze auch sehr, sehr gut und du kannst gerade verfolgen, wie die ihre Pixel-Phones immer weiter in diesen Fokus reinrücken. Vom Design her nicht schlecht, meiner Meinung nach. Hier ist der Fokus dann immer auf die Kamera gelegt, auf den sogenannten Foto-Radierer, auf diesen, den du direkt mit integriert hast in der Kamera. Und dafür steht Google gerade, super gute Fotos mit dem Handy zu erzeugen, ähnlich wie es damals beispielsweise Sonja Eriksen gemacht hat. Aber steht auf dem anderen Blatt geschrieben. Negativ, positiv, ja, das ist, du zeigst halt, links und rechts ist meistens aufgeteilt der Werberaum. Und du hast auf der linken Seite Negativbeispiel, auf der rechten Seite, wie sieht es mit uns aus, das Positivbeispiel, ganz häufig bei Displaywerbung an der Stelle. Symbolperson oder Symboltiere, wie es auch jeder von euch kennt. Indeed, zum Beispiel mit Ingrid. Ja, das war eine Fernsehwerbeanzeige oder Fernsehwerbung, die ganz häufig gelaufen ist mit der Indeed, Ingrid. Symboltiere, logisch, gerade schon gesagt, der Haribo-Bär, die Milka-Kuh, das sind auch ganz klassische Symboltiere, die für eine Marke stehen. Wo kannst du sowas integrieren, was passt für dich? Die Firma gegen den Wettbewerb, das ist dieses Wir-gegen-Sie-Gefühl, was mit dieser Werbeanzeige, mit diesem Werbekonzept ausgesprochen wird. Und ganz klassisch die Testimonial-Werbung. Du kannst mittlerweile Testimonials sogar im Internet käuflich erwerben. Im Prinzip schickst du dann dein Produkt zu einem Influencer, der dann ein Video davon macht. Und dann hast du diese Influencer-Werbung, das sind diese Testimonial-Werbungen, die kannst du mittlerweile im Internet kaufen. Da gibt es ganze Agentur für, die Produkt-Testimonials verkaufen. So, das sind die Konzeptionen. Finde raus, was für dich und deine Branche am besten passt. Dann der erste Eindruck. Mach dir einen ersten Eindruck von der Werbeanzeige. Was ist der Man-Stopper, der Pattern-Interrupt in dem Moment? Was ist das, warum du Scroll-Stopperst? Warum du stehen bleibst in dem Moment? Warum guckst du dir diese Werbeanzeige an? Das muss im Regelfall, ist es eine auffällige Grafik. Oder in einem Video mit Ton. Viele Videos werden ja mittlerweile ohne Ton geguckt. In einem Video mit Ton. Was spricht dich da direkt an? Der nächste Punkt ist, was fällt dir halt sofort auf? Was macht diese Anzeige anders als Standard-Werbeanzeigen? Weil, wenn jeder gute Werbeanzeigen machen würde, dann würde es nicht mehr funktionieren. Ergo, was funktioniert oder was fällt dir sofort auf? Was findest du besonders gut? Was ist es für ein Produkt? Was ist es für ein Hersteller? Wie zieht sich das Konzept dieser Werbeanzeigen durch die komplette Produktlinie? Wie ein roter Faden? Kannst du herausfinden, siehst du in dieser Werbeanzeige direkt, wer die Zielgruppe ist? Wer wird hier angesprochen? Auch ganz, ganz wichtig. Und wo wurde diese Anzeige platziert? Facebook-Feed beispielsweise. Facebook ist immer ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ob man es im Feed, in den Seitenbereichen der Seite oder in den Storys mit platziert. Google macht es ja ähnlich. Google-Werbung wird platziert entweder als Display-Werbung, als YouTube-Werbung, als Video kannst du das Ganze setzen. Du hast die Möglichkeit, Werbung genauso zu platzieren in Google-Mails, im Search-Bereich der Webseiten, beziehungsweise der Google-Suche, wo sind diese Werbeanzeigen platziert. Wenn du zum Beispiel eine Firma, ich will jetzt nicht Storks sagen, aber mal durchleuchtest, wirst du immer einen gewissen roten Faden binden, was hier ähnlich läuft wie bei anderen Werbeanzeigen der Firma. Und das ist das ganze Konzept. Versuch dahinter zu schauen. Mit dieser Präsentation, mit diesen Leitfaden kannst du das sehr, sehr einfach machen. So, dann hast du bei der Werbeanzeige im oberen Bereich, wenn man sich die einmal auseinanderpflückt, einen Hook, das ist der Haken, an dem du gerade hängst, sonst würdest du nicht weiterlesen, ist es dir sofort klar, worum es in dieser Werbeanzeige geht. Ich sehe draußen ganz, ganz viele Werbeanzeigen, die sind nicht eindeutig. Eindeutig, die Tage sogar noch gehabt von einem Produkt. Ich habe es nicht verstanden, weil mir nicht klar gemacht wurde, was ich für einen Nutzen davon habe. Bin ich als Zielgruppe richtig angesprochen. Das sind so Sachen, die sind oben, ganz oben im ersten Drittel, vielleicht sogar schon im ersten Viertel der Werbeanzeige für dich. Dann folgt der Hauptteil, das ist der Text. Macht dich der Text neugierig? Warum macht er dich neugierig? Wie ist der Text gestaltet? Gibt es fett geschriebene Passagen? Wie sieht die Schriftgröße aus? Ist was unterstrichen? Gibt es Serifen? Wie viel Textanteil ist überhaupt da? Manche Werbeanzeigen, wie gesagt, gerade im Displaybereich, haben überhaupt gar keinen Text. Wie ist der Text dann gegliedert? In Absätze? Wie viel? Wie sind die Absätze aufgebaut? Und ganz, ganz wichtig, wieder der Man-Stopper im Hauptteil. Ist da noch ein Bild? Sind da Stichpunkte? Ist da farblich etwas hervorgehoben? Ja, das sind alles so Sachen, wo man eine Werbeanzeige super analysieren kann an der Stelle. Zuletzt natürlich analysieren wir das Creative. Was ist anders als der Wettbewerb? Ganz häufig da draußen gerade sind unterwegs diese AI-Bilder, diese künstliche Intelligenz-Bilder. Ich finde das Ganze eigentlich nicht schlecht, wenn man es richtig macht. Trotzdem, manche Bilder sind so überzogen und so häufig eingesetzt, dass es im Prinzip nichts Besonderes mehr ist. Die Problematik, die sich da für dich raus ergibt, ist, wenn du es genau so machst, du gehst wieder in der breiten Masse unter, weil es gerade alle machen. Jetzt, zu dem Zeitpunkt, würde ich keine AI-Bilder in dieser Form mehr verwenden. Warum? Weil es alle machen. Es fällt halt nicht auf. Es ist nichts Besonderes mehr. Warum wurde dieses Creative verwendet? Gibt es vielleicht einen Grund, warum oder den man direkt erkennen kann, warum ausgerechnet dieses Bild verwendet wurde zu dieser Werbeanzeige, zu diesem Text? Was soll das Creative ausdrücken? Wenn du Reisen verkaufst, macht es natürlich Sinn, einen super genialen Strand zu zeigen mit allem, mit Leuten, die dort liegen, ganz tiefenentspannt. Wenn du Hundewerbung oder Hundefutter verkaufst, einen glücklichen Hund, der fit über die Wüste, die Wiese rennt und total happy ist. Genau das ist das, was du mit dem Bild, mit dem Creative ausdrücken möchtest. Und zu guter Letzt natürlich der Call to Action. Ziehen Fazit aus der Werbeanzeige bis zu diesem Punkt. Schau dir an, was ist der Call to Action? Was möchte der Betreiber oder der Ersteller der Werbeanzeige dir noch mitgeben? Zu welcher Handlungsaufforderung möchte er dich auffordern in dem Moment und gut ist? Dann weißt du direkt, okay, so und so ist diese Werbeanzeige aufgelesen. Und jetzt ein wichtiger Tipp für dich an der Stelle noch. Leg dir eine Swipe File Collection an. Das ist ein Ordner auf deinem Rechner oder in deiner Cloud. Und da kopierst du alle guten Werbeanzeigen rein zu deinem Thema. Und am Ende, du wirst schnell viele, viele Werbeanzeigen haben und du wirst dann den roten Faden da drin erkennen. Und kannst diese Werbeanzeigen wirklich Stück für Stück analysieren. Leg dir so eine Swipe File Collection an, das ist wirklich Gold wert. Wenn du für dein Unternehmen jetzt selber erfolgreich Werbung schalten möchtest, nimm gerne Kontakt zu uns auf. Unsere Kontaktdaten findest du direkt unter dem Video. Und als ganz, ganz wichtigen Tipp im nächsten Video bekommst du von mir gezeigt, wie du bei Google seit ganz, ganz kurzer Zeit mit nur zwei oder drei Klicks rausfinden kannst, welche Branche exakt auf den Punkt, welche Werbeanzeigen wie schaltet. Das werde ich dir im nächsten Video zeigen. Du bekommst also for free die Möglichkeit, deinen Wettbewerb auf Google komplett auszuspionieren. Und das, das ist wirklich Gold wert. Freut dich schon mal auf das Video. Und ja, ich bedanke mich, dass du mit dran geblieben bist. Lass mir gerne ein Like da, lass mir ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ein Sebastian. Ciao, ciao.